Herzlich willkommen meine lieben Dudes und Udinen hier zur nächsten Folge mit dem SC Freiburg. Wir spielen heute das Spiel gegen Lazio Rom. Das Rückspiel, Hinspiel 1-0, wenn ich da richtig informiert bin, haben wir gewonnen. Schauer ist dann schon eine heftigere Sache. Schauer würde auf Regen runtergehen, dass wir nicht ganz so hart penetriert werden. Und machen mal die ganzen Tour-News an und starten dann rein in die Partie gegen Lazio Rom. Wichtig ist jetzt, dass wir das Spiel wenigstens auf Unentschieden halten. Dann haben wir es in die nächste Runde auf jeden Fall gebracht. Wird nicht einfach. Wir gehen defensiv. Defensiv. Und wir gehen auf... Pressing ist da. Ich muss auf Konter. Defensiv und Konter. Das bei Regen. Mal sehen. Wird auf jeden Fall mehr Energie kosten, hier zu spielen. Mal sehen, ob wir damit klarkommen. Weil wir eh ein kleines Energiedefizit-Problem haben. Nein. Okay. Wir müssen einfach nur verhindern, dass Kandreva da zum Abschuss kommt. Oder wer auch immer da vorne jetzt ist. Aus. Einwurf für uns. Sehr gut. Aller Name ist nicht mal von Regen stark behindert. Wunderbar. Die schnappen uns die Bälle da weg. Das machen sie stark. Dürfen jetzt hier nur nicht den Kopf verlieren. Gut. Jetzt wird hier direkt gekontert. Hoffe ich zumindest. Oh, setz dich durch. Pass in die Mitte. Schade. Anschubstation hat dann gefehlt. Riffo. Oh, Vorteil. Ja, 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 ja. Jettwey. Wird da verarscht. Super gefangen, Schulz. Sehr schön. Nicht zu hart loben. Sonst kriegen wir gleich wieder drei Tore rein. Aber so ein bisschen Lob darf ja sein, ne? Zucker, Brot und Peitsche. Muss ich also gleich mal wieder ein bisschen lauter meckern. Sauber. Oh. Ihn hat er doch noch geholt. Sehr schön. Nicht durchlassen. Oh, nein, 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 nein. Okay. Also, bisher sieht es stark für Lazio aus. Heute ist der Tag meines Gegners. Tag, sozusagen. Ich habe eben gerade ja schon die Folge die Vorjährige aufgenommen. Wahnsinn, ey. Was die alles abfangen. Und da lief es ja auch schon nicht gut. Gegen Werder Bremen. Und Lazio ist jetzt eine ganz andere Nummer. Lazio ist einfach eine komplett andere Nummer als Werder Bremen, würde ich mal so behaupten. Okay. Kann man machen. Sehr schön. Wunderbar. Lazaro. Ich habe zu lange gezögert. Er hat es mir angezeigt. Schick mich, schick mich, schick mich. Ach komm. Was? Nichts. Ja, Freistoß für mich. Aber da war sonst eigentlich gar nichts. Lass mir doch den Ball. Ich habe die Pille da. Komm mal ran, Grifo. 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 Nein. Okay, der Weg durch war nicht verkehrt. Lol. Ja, okay. Das war schon ein bisschen bitter. Sehr gut. Was? Ach komm, das ist so ein bisschen leicht. Körpereinsatz oder was? Da war nichts. Wieso hat der Schiedsrichter denn immer seine Tage? Und? Waren wir das? Ne, waren wir nicht. Sehr gut. Also ab nach vorn mit der Geschichte. Super. Lazaro. Hinterher. Holt ihr die Pille. Ich habe schon mehrfach Flanken gedrückt. Schade, dass es es nicht macht. Laufwege optimal nicht ausgenutzt. Da wäre mehr drin gewesen. Habe ich so im Bauchgefühl. Ihr wisst ja. Bauchgefühl bei mir ist dann immer sehr groß. sehr schön. Sehr schön. Nein, 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 nein. Oh. Also Jungs, ihr kämpft gut. Vorne geht auch ein bisschen was. Aber so richtigen Schuss hatten wir, glaube ich, noch nicht aufs Tor. Den man wirklich als Schuss halt auch gelten lassen kann. Äh. Rutschpartie? Okay. Jetzt sind die Lücken da. Ui, 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 ui. Meine Güte. Aus der Entfernung schießt er daneben. Junge. Ich habe das Ding einfach schon drin gesehen. Haben wir. Sehr gut. Ah. Spacken. Was mache ich denn hier? Weg. Okay. Wunderbar. Grifo. Ist jetzt schon am Limit. Ja, okay. Da zieht er im Trikot. Okay. War mal. Sowas wie die Chance. Hätte ich vielleicht irgendwie kurz spielen sollen. Aber ich glaube, einfach aufs Tor. Da haben wir immer noch die besten Möglichkeiten. Rifo. Was? Nein! Bitter. Ganz knapp. Sieht auf jeden Fall im Moment stark aus, was die Römer da machen. Wenn es aber so bleiben sollte, ist kein Tor auf Feld oder so, wären wir weiter. 45 Minuten und es ist auf jeden Fall ein gutes 0 zu 0. Ein bisschen unverdient, würde ich ein bisschen sagen, weil Lazio einfach echt krasse Chancen hatte. wenigstens eine richtig krasse Chance. Und der Rest ist halt sehr viel Druck nach vorne. Wir sind deswegen ja auch defensiv und auf Konter aus. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja klar. Weil das ja klar ist. Abseits. Oh shit! Alter Schwede. Ja, Regen ermüdet, ne? Und vorbei die erste Hälfte. Wuhu! Wunderbar. 0 zu 0. Das ist schon fast mehr, als wir erwarten hätten können. Grifo wechselt jetzt mit Miyaichi. Haben wir nochmal einen richtig flotten Spieler da. Ähm. Mausberger eher ZOM. Taraschai. Stürmer eher. Philipp. Auch LM. Ähm. Ja, für Gordino würde ich eigentlich gerne Ersatz holen. Dann werden wir wahrscheinlich gleich noch Taraschai reinbringen müssen. Okay. Dann geht's jetzt los. Es geht ums Ganze, Freunde. Es geht ums Ganze. Wenn wir das Ding aber jetzt halten. Das wäre... Nicht wirklich spannend. Wäre aber... Das, was wir... Bräuchten. Sehr schön. Wie wir da uns gegenseitig wieder... Fertig machen. Mausberger arbeitet hinten mit. Wunderbar gehalten. Echt, die machen mich fertig hier. Die machen mich fertig. Dann wirst du halt auch immer gegenseitig da... Einen reindrücken. Sehr schön. Keeper. Ja, ist draußen. Alles klar. Dann noch ein Pass. Auf Lazaro. Setz dich doch durch. Hey, komm, 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 komm. Bleib dran, Abraschi. Das ist deiner. Sehr schön. Weggeklatscht. Wir kriegen, glaube ich, keine Schüsse aufs Tor heute. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Okay, klärt. Einmal rüber da. Ja, Echi, komm nicht ran. Ist zu lang der Ball, zu nass. Ja, auf Regen ist immer echt schwierig. Mit den Bällen. Die werden immer sehr schnell. Auch wenn man es gerade da so nicht erwartet. Wunderbar. Einmal hin. Einmal hin. Alles drin. Ah. Mann, lauf doch nicht immer weg vom Ball. Oh. 60 Minuten. Junge, junge, junge. Ich glaube, das wird so nichts. Wir gehen ausgeglichen. Was? Nix. Ey, ich bin doch am Ball. Schiri, halt dein Maul. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Gar nix. Nix. Der legt sich hin. Oh. Dafür gelb. Alles klar. Schauspieler. Schlechte Schauspieler. Schiedsräte fällt auch noch drauf rein. Also guter Schauspieler offensichtlich. Verletzungen bei uns. Ja, alles klar. Mausberge. Nein. 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 Okay. Wir müssen... Aber Rashi auch? Ne, Mausberg ist nicht verletzt. Ah, ich dachte schon. Aber wir müssen trotzdem den Maus wechseln. Ah. Okay. Jo. Macht er gut. Abstoß für Lazio. Ist alles Zeit für uns? Ja. 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 Ball nach vorn. Okay. Wunderbar. Schön. Auf Lazaro. Oh. Das ist 2 zu 0. Insgesamt gesehen. Da ist das Ding endlich. Ei, 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 ei. Wahnsinn. Wunderbar. Also das war auch mal Zeit hier. Uuuuh. Huiuiuiuiuiui. Huiuiuiuiuiui. Okay. Abwehrriegel. Ne, defensiv. Auf jeden Fall. Meine Güte. Oh, noch hier für uns der Ball. Die Jungs sind schon am sterben. Schaut sie euch an. Die knien da schon. Oh, jetzt kommen wir. Jetzt haben wir wieder Mut gefasst. Miaichi. Nicht verkehrt. Lazaro. Nein. Liegt er vor ihnen. Was? Was war das? Pass mal auf, du kleiner Hoden. Oh, ich kann nicht mehr. Cancelo. Ich wollte Cancelo ja wechseln. Okay, schnell, bevor der Ball im Aus ist. Cancelo wollte raus. Alle müssen eigentlich raus. Aber Bas... Nein. Ich habe schon dreimal gewechselt. Ich depp. Ah. Okay. Günther. Ja. Einmal da rum. Einmal hin. Sehr schön. Oh, Verletzung. Wir haben einfach zu wenig Energie. Miaichi. Der Ball wird zu lang. Verdammt. Fünf Minuten noch zu spielen. Es steht insgesamt 2 zu 0. Schaffen sie es noch in fünf Minuten. Wenigstens hier den Auswärtst. Und wir haben auch einen Auswärtstreffer. Also, die müssten drei Tore schießen. Aber mit den Verletzungen ist bitter, ne? Pedersen hält auf jeden Fall durch. Eine unnötige gelbe Karte gesehen. Warum? Weiß ich nicht. Also, da war nix. Da war gar nix. Da war gar nix, Freunde. Gar nix war da. Oh. Zelo kann auch nix. Ne, Lazaro auch nicht. Mhm. Eine Minute noch. Wir müssen uns eigentlich an die Eckfahne stellen. Um es den Computer mal heimzuzahlen. Und abseits. Also, so langsam, so langsam ist es hier vorbei. Aber die Jungs können auch nicht mehr. Ich schieße den nach vorn. Ab und weg. Vier Minuten Nachspielzeit. Wuhu-huhu. Mihaichi. Wunderbar. Sehr schön. Sauber ausgewichen. Aber die können auf der gilgischen Seite auch nicht mehr. Nur noch Mihaichi, der frische Typ. Hier bei uns. Einmal spinnen. Ausgewichen. Abschluss. Ins lange Eck. Bam. Also, was wir gegen Bremen nicht geschafft haben, schaffen wir jetzt hier. Gegen Lazio. Meine Güte. Mein lieber Gesangsverein. Alles klar. GG. Wahnsinn. Und vorbei. Da können wir mal feiern. Einzug ins Viertelfinale. Der Europa League. Das als DFB-Pokalsieger. Aufsteiger. Und jetzt hier in der Europa League. Im Viertelfinale. Wunderschön. Freunde, das kann man machen. Ähm. Chancen. Doch nicht so viel mehr. Ballbesitz auch nicht. Am Anfang. Erste Halbzeit hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass Lazio wesentlich mehr gemacht hat. Für uns der Keeper. Bester Mann. Schauen wir mal ganz kurz. Paraden. Acht. Acht Paraden. Machetti nur eine Parade. Hat er auch... War das eine Torvorlage? Ja. Der Abstoß. Torvorlage von Schulz. Wahnsinn. Krass. Okay. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ball nach vorne. Und dann auf Miyaichi. Sehr schön. Also, das muss man auch machen erstmal als Keeper. Sehr schön. Okay. Achte Finale ist abgeschlossen. Ähm. Wir sehen. Atletico gewinnt gegen Bilbao. Everton gewinnt gegen Leverkusen. Dann Milan. Und was ist das? Der türkische Verein. Ihr wisst Bescheid. Keine Ahnung. Ich wusste es mal, aber weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. 1-1 kann es ja nicht sein, aber okay. Oder das Spiel ist noch. Das Spiel ist noch. 7-5 wollte ich gerade sagen. Nein, das ist gegen Moskau. Zetiskara Moskau gegen Juventus. 7-2. Und Liverpool gegen Olympiakos. 6-2. Also richtig, richtig kratz. Kratz. Richtig krass. Also, da sind schon ein paar ordentliche Ergebnisse dabei. Und jetzt... Ich sehe es jetzt schon kommen. Wir haben keine Energie. Trapsanspor. Ihr wisst Bescheid. Ich kann es nicht aussprechen. Ich habe keine Ahnung. Gerne den Spieltermin. Turnierpreisgeld noch mit einem Millionen Spieler verletzt. Er wird 8 Wochen ausfallen. Zwangspause. Abraschi. Amir Abraschi. Oh shit. Ja, jetzt haben wir... ein Problem. Höfler muss rein. Oder wie sieht es aus, wenn wir vergleichen? Höfler. Also schnell sind beide nicht. Dribbling. Nö, 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 nö. Manndeckung ist ähnlich. Der eine ist halt nur 17, der andere ist 27. Aber 27 ist auch noch okay. Cancelo. Sieht so aus, als... Ja, das... Das wird auf jeden Fall eine harte Nuss. Wir werden mal kurz vorspulen. Nationalofferte. Nö. Und... Ja, da sehe ich Abraschi. Der muss auf jeden Fall raus. Wieso habe ich da eben Höfler für links reingebracht? Ordino. Ach, weil da auch müde ist, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall gegen die Mannschaft mit unseren Youngsters ran, habe ich das Gefühl. Können einfach alle nicht. Das heißt, gegen Leverkusen wird es auch eher Richtung Kassieren gehen. Weil, was sollen wir da machen? Im Sturm setzen wir da mal Philipp ein, weil Peterson auch nicht mehr kann. Cancelo muss raus. Bastos rein. Delgado, ja, ist noch ein bisschen zu jung. Heden statt. Würde sich freuen, drinnen zu sein. Für Cancelo, weil Cancelo halt einfach fertig ist mit der Welt. Ja, das geht alles noch. Okay, es ist noch nicht komplett Zerstörung, was wir da kriegen werden. Aber ist okay. Und damit sage ich erstmal vielen Dank wieder fürs Einschalten. Wir können mal die Tabelle nochmal abchecken. Leverkusen direkt vor uns zwei Punkte Vorsprung. Wenn wir wenigstens unentschieden spielen, endet sich da nicht mehr so viel dran. Es könnte aber Wolfsburg näher rankommen, was wir natürlich tun, die es vermeiden wollen. Das heißt, am besten holen wir drei Punkte. Hätten 51 Punkte, würden Leverkusen überholen. Und dann, mit ein bisschen Glück, verliert Schalke und wir kommen dann noch näher ran. Aber ich meine, fünfter Platz ist auch in Ordnung soweit. Dass wir dann halt einfach in der Europa League bleiben, das wäre alles in Ordnung. Ich bedanke mich soweit erstmal wieder bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne lasst den Daumen nach hoch da. Das wäre sehr cool. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao.